Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Nein, niemals. Ich schwöre bei meinem Apfel. Aha. Wo spielt denn der Apfel noch eine große Rolle? Beim Apfelmus? Nein, im Theater. Ah, Schneewittchen. Das meine ich nicht. Hm, kannst du mir vielleicht einen kleinen Tipp geben? Klar doch. Wo sagt man, durch diese hohle Gasse muss er kommen? Also entweder bei der Straßenverkehrsordnung? Alter. Oder bei Filmen über Bumsele? Wilhelm Tell. Ah, da schau her. Der später Anna Mimor geheiratet hat? Anna? Mimor? Wilhelm Tell Mimor. Sollte das gerade ein Flachwitz sein? Aber was für einer? Unterirdisch. Also wohin hat Wilhelm Tell geschossen? In die Gasse. Nein, er schoss auf den Apfel. Okay. Und wer hatte den Apfel auf dem Kopf? Schneewittchen. Nein, der Sohn. Auf den Sohn von Schneewittchen? Von Wilhelm Tell. Schneewittchen hatte einen Sohn mit Wilhelm Tell? Nein, du Trampolinschmuggler. Das ist ein Drama. Hä? Eine Krankenversicherung? Drama, nicht Barmer. Oh, und weiter? Es ist ein klassisches Theaterstück, wo der Vater dem Sohn den Apfel vom Kopf schießt. Jetzt habe ich es verstanden. Und der hatte keine Krankenversicherung. Jetzt reicht es.